Willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Black Falcon. Wie ihr seht, wir müssen da diesen was auch immer da hinten verfolgen. Ich glaube, das ist dieser komische Kreuzritter. Ja, und der soll uns direkt zu Torres führen. Ich hoffe immer, dass er links geht. Hier, das macht einiges einfacher. Geh ich nochmal links? Ne? Okay. Rundern wir dir. Ja, genau. Herr, ja, Herr! Und die müssen wir auch nochmal ausschalten. Oh Gott, jetzt was? Oh Gott. Kallate! Bien, continuemos. Vosotros, seguidnos. Wenn ja immer mehr. Okay, die hole ich mir und schnell die kleine Schatz rum. Ein Wurffall. Toll. Das ist so, das ist so. Jetzt geht's. Tschüss! Das ist so, Herr. Das ist so, dass ich da. Das ist so. Das ist so. Abwechslung! Abwechslung! Hit! Hier sind doch alle, wo die hingehen. Diese verkackte Burg da rein. Florino Torres. Na gut, den kriegen wir bestimmt eliminiert, weil wir ja wissen, wie wir in diese hässliche Burg reinkommen lockerflockig. Wir brauchen ja nur... Dort. Nicht die Konter fallen. Wir müssen nur da rüber. Kann ja nicht so schwer sein, oder? Gut. Einmal hier rüber. Einmal da hin. Och Mädchen, jetzt stell dich nicht so an. Genau wie der da, der stellt sich auch wieder an. Und der da hinten auch. Na komm, geh weiter. Du willst doch weiter gehen. Du und ich, wir wissen es. Du willst weiter gehen. Ja. Ach, der Mann. Ist zwar uncool, aber als wenn es nicht anders geht. Dann muss es ihm auf die Harte tun. Dann muss es ihm auf die Harte tun. Und ich ahne schon wieder besser finde ich, dass so ein Schiff direkt links angelegt ist. Und wie der wird abhauen und fliehen. Und wie der wird abhauen und fliehen. Und wie der wird abhauen und fliehen. Oh, der hat einen Doppelgänger. So, wo ist er denn? So, wo ist er denn? Da ist er. So, wo ist er denn? Zack. Weg. Zeig doch ein Doppelgänger. Ist er wohl gegen Dino noch, oder was? Hör mal einfach ab. Der ist zu geschickt für einen Schwertkampf. Aber erst mal seine anderen. Du bist sicher nicht Dämonen gegen Kugeln. So. Da sind die anderen beiden. So kann ich dich nicht treffen. Ist auch viel zu einfach das Ganze, ne? Wegen Kugeln kannst du nichts ausrichten. So, jetzt noch den da unten. Hübsches Kärtchen aus der Nähe. Hübsches Kärtchen aus der Nähe. Wieso? Warum kann ich seine Verteidigung nicht durchbrechen? Dann muss ich ihn einfach die ganze Zeit kontern. So kann ich seine Verteidigung nicht durchbrechen. Das ist doch nervig. So kann ich dich nicht treffen. Gegen Kugeln kannst du nichts ausrichten. Gegen Kugeln kannst du nichts ausrichten. Gegen Kugeln kannst du nichts ausrichten. So. Was auch immer der da versucht. Kann der mal stehen bleiben. Du bist zu geschickt für einen Schwertkampf. Na. Also das ist wieder mal so eine Sache. Wo ich mir denke. Wo ich mir denke. Was soll der Dreck? Man kann ihn nicht kontern, ne? Man kann ihn nicht kontern. Und auch ihn nicht durchbrechen. Was ist das für Bullshit? Hübsches Kärtchen aus der Nähe. Hübsches Kärtchen aus der Nähe. Ernsthaft? Wieso, hab ich jetzt schon wieder kein Leben? Das wüsste ich gerne mal wissen. Ich bin zu geschickt. Für einen Schwertkampf. Und wenn ich dich erschieße? Immer Waffe ziehen. Was macht er denn da? Hübsches Kerlchen aus der... Doch du bist sicher nicht Dämonen gegen Kugel. Ja. Wie soll man denn das bitteschön schauen? Liebe Wickler, könnt ihr mir das mal sagen? Wie man diesen Bastard besiegen soll? Ja. Töten. Ja, das ist das einzige was man machen kann hier. Kontern. Na komm, dieser kann sich nur ein paar Stunden verzögern. Wie ist das? Wauw, Kamara. Ja. Ach, das ist doch nervig mit dem Typen, ey. Ach, das ist doch nervig mit dem Typen. Ich verstehe das nicht. Also, ich verstehe nicht, was man da machen sollte. Deswegen werde ich mal nachgucken. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.